Wie ich eingangs schon sagte, hat Carolin die irische traditionelle Musik, den Ausprung, vermischt mit dem italienischen Barock. Und bei dem Stück Carolins Concerto ist das am besten zu hören. Da kommt das auch am besten zum Vorschein Carolins Concerto. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Die irische Musik ist nicht nur für ihre Instrumentalstücke bekannt und die